Du weißt nicht, was morgen passieren wird. Deine Freiheit. Dein Vertrauen. Deine Sicherheit. All das, was gestern noch ohne Zweifel war, ist heute plötzlich verschwunden. Deine normale Welt ist zersplittert. Die Angst verschlingt dich wie ein Virus. Gib ihr nicht nach. Fall nicht in Verzweiflung. Auch wenn die Welt nie wieder dieselbe sein wird. Auch wenn du nichts daran ändern kannst. Bitte Jesus um Hilfe. Er wird dich beschützen. Er wird helfen, die Angst zu überwinden und Hoffnung geben. Hoffnung, die durch keine Umstände genommen werden kann. Wenn du nicht weißt, wie man das macht, schreib uns einfach. Ja, ich kann's